capture 7 hostia natürlich einmal speichern warum bin ich jetzt so ihr seht das im hintergrund gut seltsam das sieht aus wie lebendes hackfleisch nach was das aussieht das werde ich jetzt nicht sagen da hinten geht es weiter gehen wir doch erst mal hier rein komm her du sperma damit kann man die interalbieren schade ja die sehen aus wie das männliche erculat etwas seltsam ok merkwürdig einfach nur merkwürdig dieses spiel bin ich jetzt überhaupt noch auf der erde ja ja hallo lässt mich hier mal irgendwo durch der lässt mich hier nicht durch pech dann gehen wir zurück ja 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 Ich will hier wieder raus. Ne, ne. Und wieder im Bett. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ahhhh. Das ist sehr, sehr seltsam. Ahhhh. Gut, die Musik hat sich auch extrem verändert gerade. Ja, es leckt mich doch. Ach. Da war schon dieses Horrorbild. Okay. Ich höre Herzschlag. Und was irgendwas mit dem Vater war jetzt hier. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber bei ihm vibriert es wieder. Okay. Okay. Kommt noch was? Wie? Das war's schon? Ja. Ein kurzes, aber spannendes Horrorgame würde ich sagen. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich werde das bestimmt nochmal Offscreen zocken. Ja. Das kann ich noch ein bisschen rumlaufen bestimmt. Das Spiel gibt es kostenlos bei Steam. Jeder der Bock hat das jetzt zu zocken, ladet es euch mal runter und zockt es selbst. Und... Keine Ahnung, ob hier jetzt noch irgendwas kommt oder passiert. Ne. The End. Ja. Das war's. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja... Äh. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich öfter solche Games zocken soll. Wenn ja, dann Daumen nach oben. Und... Wir sehen uns zum nächsten Let's Play. Bye Bye.